Was gibt's denn hier hinten? Gar nichts, super. Okay, das hat sich ja super gelohnt. Dann gehen wir mal weiter. Mach das scheiß Ding auf. Hi! Bitteschön! Ach, was sie... Was gibt's denn da? Wie denn nur Sterbegeld? Ehrlich. Das bringt so nix. Was ist das denn hier für ein Filter, der das Spiel gerade auflegt? Oder den das Spiel gerade auflegt? Komm, her damit. Das sind doch hier, das sind doch Gegners. Hi! Crystal Pit haben wir gefunden. Crystal Claw Pit. Da, alles raus. Hahaha! Schön! Eieiei! Hier noch ne Granate, sehr gut. Sehr, sehr gut. Komm schon. Ah! Mistviecher! Gut, das hätten wir. Ich glaub, hier sind wir mal safe. Wo ist das Waffenversteck? Da hinten. Wow. Äh. Ah! 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 Euer Blick trügt euch. Was ihr seht, ist nur Täuschung. Der Toast, das bin ich. So, ist das säubere, was ist säubere Eis? Cool. Das nehmen wir mit. Oh, komm. Ah, wieder alles voll. Was können wir denn wegschmeißen? Die kommen weg. Irgendwas billiges. Irgendwas, was nicht viel kostet. Die kann weg. Ne. Ja, gut. Komm her. Säubere Eis. Nimm ihn fern. Au. Ah, ja. Ich verstehe. So, du hast Cranks Waffenversteck gefunden. Oder wie Crank es vielleicht eher ausdrücken würde. Du gefunden. Peng, peng. Waffenbox. Wo du hast, brauchen für Belohnung. Ach du Scheiße. Okay. So, was kriegen wir denn dafür? Wir kriegen hier das... Oh. Ne ganz in Ordnung. Ach du Scheiße. Ach. Komm, stepp. Fuck. Schön. Wir haben hier viel aufgenommen. Ei, 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 ei. Okay, was gibt's denn jetzt hier? Okay. Wartet mal. Der ist viel zu fett, der Typ. Da. Alles klar. Moment. Moment. Ich müsste mal kurz hier was wegschmeißen mal wieder. Scheiße. Wir brauchen unbedingt einen Shop. Also. Ähm. Ah ja. Okay. Wieder Assassin Skin. Dann schmeißen wir welchen. Schmeißen wir weg. Der schmeißen wir weg. Der schmeißen wir weg. Vor allem. Ähm. Dann kommt der weg. Okay. Das reicht eigentlich. Äh. Äh. Gut. Wunderbar. Das hätten wir. Was ist das hier? Eine Shotgun. Was ist da hinten? Ach. Super. Okay. Was können wir denn hier jetzt wunderschönes aufnehmen? Hocheffektiv gegen Schilde brauchen wir nicht. Was ist das hier? Gegen Fleisch? Gegen Schilde? Nee. Brauchen wir alles nicht. Was ist das hier? Äh. Das brauchen wir auch nicht. Die ist ganz gut. Ja. Die war gut. So. Hätten wir das hier doch schon mal. Wo müssen wir jetzt wieder hin? Da lang? Okay. Ah. Komm her. Drecksack. Oh. Okay. Die sind alle ein bisschen, äh, glaube ich, zurückgeblieben. Kann ich hier vielleicht irgendwas aufmachen oder so? Wäre, wäre praktisch. Ehrlich. Ah, Dreck. Tschüss. Okay, der Granatmod ist sehr geil. Wirklich. Der macht das alles doch so ein kleines bisschen einfacher. Da habe ich das genossen. Was glaubst du denn? Hä? Können wir jetzt vielleicht mal irgendwas hier diesen, äh, diesen, äh, quarzen Fleck, können wir den vielleicht mal ein bisschen jetzt säubern? Tschüss. Tschüss. Komm her. So, wir kriegen nur Sterbegeld hier. Aber das macht ihr... E-Ridium. Ah, jetzt sagt's. Tschüss. So, was ist hier? Ah, Sterbegeld. Alter. Alter. Jetzt stirbst du. Sag ich doch. Was ist hier los? Ja, wir haben jetzt mal kurz Zeit, mal zu verschnaufen und die Waffen nachzuladen. Und vor allem Kaffee zu trinken. So, wir haben gefunden. Srak-Karfe. Gut. Och, Junge, was denn jetzt mit dir, hä? Wo ist er hin? Feigling! Sauerei. Da ist er. Ich mag... Ich mag... Ich mag... Ich mag... Tschüss. Doch, weil ihr zu Hause ist aufgeleidigt. Oh, wow. Hardcore. Hammer. Wir haben eine super Set in der Waffe gefunden. Geil. Was ist das hier? Ja, die will ich auch. Die will ich auch. Die will ich auch. Äh, weg. Äh, was kommt noch? Weg, 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 weg. Weg, nein, scheiße, egal. Ich will die Waffe. Ja. Oh, ist das schön. Da geht einem ja glattes Herz auf. Ehrlich. Oh, ist das schön. Haha. Gut, dann lasst uns doch mal kurz gucken. Ahem. Lass uns mal kurz gucken, was... Äh, dann können wir die ja kurz wechseln. Was haben wir denn jetzt aufgenommen? Hier, die, gell. Probier's einfach mal aus. Für welches sich entscheiden. Schwer fällt der Vergleich. Ja. Schwer fällt der Vergleich. Explodiert beim Nachladen wie eine Granate. Guckt euch doch mal diesen Hammerschaden an. Wie geil. Guckt ihr diese Waffe an. Guckt euch doch mal diesen Hammerschaden 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 an.